Riegeln Cäsar ab. Der Feind hat Anton. Cäsar abgeriegelt. Ausrücken und die Kontrolle übernehmen. Feinde näher anbieten. Oh Mann ey. Das ist so ein Abfuck, dass die sich so absprechen können. Oh Fick dich doch, Digga. Ohne Scheiß. A eingenommen. Der Feind nimmt A ein. Antrimon überrannt. Brauchen Verstärkung. Alter, die MP40 muss echt OP sein. So schnell wie er mich damit killen kann immer und immer wieder. Oh Scheiße, Mann. Die sind so krass am Gammeln. Das kann ich nicht nachvollziehen. Anton wird gesichert. Oh Mann, ich laufe vor die Wand hier. Ist klar, Digga. Ist klar. Gehen wir. Werter wird abgeriegelt. Feindliche Vorräten entdeckt. Unterbindet den Aschub. Boah, Digga, echt der Wichser mit der MP40, ne? Der fuckt mich einfach so ab. Hey, hey, Digga, der Buster mit seiner MP40, ne, der regt mich so auf. Wir verlieren Ziel Bertha. Feindliche Bombe im Anflug. In Deckung! Andron wird abgeriegelt. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft. Aufklärung in der Luft. A, eingenommen. Wir verlieren Ziel Bertha. Okay, wir haben Alpha am Start. Boah, hab ich schon nicht, ey. Schreckmoment schon wieder. Erobert Cäsar! Der Feind allein in schwere Verluste. Durchbrechen! Alter, ich hab den ja gar nicht da hocken sehen. Das ist echt so bastardig, ne? Wie krass die alle geiern, ohne Scheiß. Errobert Cäsar! Der Feind erobert Anton! Gute Arbeit! Bereit machen zum Vorriff! Okay, okay. Sieben Abschüsse gerade mal. Schon wieder acht Tode. Ich hab nur noch Minus in letzter Zeit. Herrschaft! Ausrücken und die Kontrolle übernehmen! Anton wird abgeriegelt! Wir halten Anton! Der Feind hat Cäsar! Der Feind erleitet schwere Verluste! Durchbrechen! Wir erobern Bertha! Bertha, Granate! Bertha wird abgeriegelt! Ich schweiß eine Granate! Aktivität, Granate! Bertha, eine Granate! Oh! Wir erobern Bertha! Batterie 1 feuert! Zielposition bestätigt! Der Feind ist A1! Bertha eingenommen! Aktivität, Granate! Aktivität, Granate! Anton wurde überrascht! Rauch, Verstärkung! Bertha, Plan ist leer! C eingenommen! Okay, C haben wir! Fritz X-Bombe wird abgeworfen! Feindkontakt bei Cäsar! Beide aufgeschaltet! Wir halten alle Ziele! Halten die Linien! Der Feind erobert Bertha! Der Feind erobert Anton! Feindkontakt bei Bertha! Vorräte bereit zum Abwurf! Zielbereich markiert! Angriff auf feindliche Aufklärungsflieger! Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen! Vorräte sind in der Luft! Den Zielbereich schützt! Fritz X-Bombe wird abgeworfen! Feindkontakt bei Bertha! Fritz X-Bomben-Mission bereit! Face verloren! Falschem Jäger abgesprungen! Zielzone markiert! Färter wird abgeriegelt! Die Falschem Jäger sind in der Luft! Falschem Jäger sind unterwegs! Guck mal, einer an! Da läuft die Runde doch noch! Ganz geschmeidig! Fritz X-Bombe raus! Was? Wo hab ich denn den getroffen? Wiese Brise! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir erobern Anton! Wir verlieren Cäsar! Wir halten Bertha! Werfen Granate! Okay, B, wir haben Gnadenlos schon, 10er Streak, so gesehen. Anton wird gesichert! Der Feind eroberst Bertha! Vorräte bereit zum Abwurf! Wo sollen sie hin? Jantron abgeriegelt! B, ist verloren! B, ist verloren! Vorräte abgeworfen! Schützt die Abwurfzone! Die Aufklärung sucht ein B! Der Feind ist A, 1! Fritz X-Bomben-Mission bereit! Wir haben einen Jagd-Piloten! Okay, wir fangen mal mit der Fritz X an! Fritz X-Bomben-Mission ist gestartet! Oh yeah! Den hätten wir! Und Riaq-Maschir greift an! Stürbt weiter vor! Und volle Karole drauf, Junge! Aufklärungsflug abgeschlossen! Wow, einherzigen Killer mitgemacht nur! Hä? Nein! Oh, nach über 10 Kills bin ich jetzt einmal gestorben! Aufklärung in der Luft! Oh, wir rushen die mal hinterher! Cäsar, haben die schon! Oh, ja, okay! Aber ein knappes Spiel wird das! Oh, das gibt's doch nicht! Das wird echt noch ein knappes Spiel und ich sterbe sofort wieder! Das ist ja ein Kampf ums Überleben! Damit haben wir nochmal einen Kill gerissen! Hey, du Geier! Wo kommst du denn mit einmal her? Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft! Riegelt Cäsar ab! Anton wurde überrannt! Brauchen Verstärkung! Der Feind nimmt B ein! Der Feind nimmt B ein! Ja, das wird eine richtig, richtig knappe Kiste, wenn wir das mit ihm wollen! Vorräte abgeworfen! Schützt die Abrufzone! Aufklärung in der Luft! Wir erleiden schwere Verluste! Fritz X Bombenmission ist gestartet! Jaaaah! Wir haben gute Männer verloren! Naja, ein paar Kills haben wir gerissen! Wir hatten eine 10er Streak an Kills! Verteidigerabschuss! Verteidigerabschuss! Sauer!